Bei unserem iPad Pro handelt es sich um die Variante mit 128 GB Speicher und LTE-Empfang. In der Verpackung befinden sich neben dem großen iPad Pro, das wie üblich in eine Folie eingeschlagen ist, noch ein langes Lightning-Kabel und ein 12-Watt-Ladegerät. Den Pencil genannten Stift und das Smart Keyboard verkauft Apple separat. Bei der Formensprache bleibt Apple seiner Linie treu. Mit den runden Ecken, dem sich nach unten leicht verjüngenden Gehäuse und dem Homebutton mit eingebautem Touch-ID-Sensor ist auch das Pro sofort als iPad zu erkennen. Erstmals spendiert Apple einem iOS-Gerät vier Lautsprecher – zwei je oben und unten. Der neue Smart Connector ist für den Anschluss von Tastaturen wie dem Smart Keyboard gedacht und überträgt Energie und Daten. Eine Bluetooth-Verbindung wird nicht zusätzlich benötigt. Im direkten Größenvergleich wirken das iPad Air 2 und erst recht das Mini 4 zierlich. Das Pro überragt die beiden in einer Länge um 6,5 bzw. gut 10 cm. Grund ist das 12,9 Zoll Display, das 2732 x 2048 Pixel zeigt, also in der Breite so viel wie ein iPad Air in der Höhe und insgesamt mehr als ein MacBook Pro Retina mit 15 Zoll. Unter dem druckempfindlichen Display sitzt der neue A9X SOC, die kräftigere Variante des A9-Chips aus dem iPhone 6s. Laut Apple rechnet seine CPU 1,8 mal so schnell wie die des Vorgängers A8X. Die GPU-Leistung soll sich sogar verdoppelt haben. Als Betriebssystem kommt iOS 9.1 zum Einsatz, das schnell eingerichtet ist. Der Homescreen wirkt sehr aufgeräumt. Pro Reihe sieht Apple im Hochkantmodus nur vier Icons vor, im Querformat 5. Den Platz nutzt Apple mit dem neuen Splitscreen-Modus von iOS 9 gut aus. Zwei nebeneinander laufende Apps werden in derselben Höhe wie auf einem iPad Air dargestellt. Die Breite lässt sich dynamisch variieren. Nun zum Pencil. Das neue Bluetooth-Eingabegerät verkauft Apple separat für 109 Euro. In der Packung liegen noch eine Ersatzspitze und ein Adapter, um den Stift per Lightning-Kabel zu laden. Der Pencil liegt gut in der Hand und wiegt nur etwas mehr als ein echter Bleistift. Unter seiner Kappe steckt ein Lightning-Anschluss, der nicht nur wie erwähnt zum Laden dient, mit ihm koppelt man auch das iPad Pro und den Pencil. Einfach einstecken, die Kopplungsanforderung bestätigen, fertig. Wer mag, kann iOS mit dem Stift genauso flüssig bedienen wie mit den Fingern oder Spielesteuern und etwa den Flugverkehr regeln. Eigentlich ist er aber als Zeicheninstrument gedacht. Entsprechend vorbereitete Apps, hier ZenBrush 2, reagieren nicht nur auf die Intensität des Drucks und zeichnen Linien entsprechend heller oder dunkler, sondern auch auf die Neigung des Stifts. Die setzen sie etwa als Schraffur um. Der Pencil arbeitet dabei sehr exakt. Das Display nimmt die Eingaben praktisch verzögerungsfrei an. Für den Smart Connector ist bereits erstes Zubehör erschienen, etwa die Tastaturhülle Create von Logitech. Mehr als andere iPads hat man am Pro mit vorgesetzter Tastatur das Gefühl, man sitze tatsächlich vor einem Notebook. Dabei hilft, dass viele der Touchgesten auch über Tasten ausgelöst werden können. So ruft ein Doppeltipp auf den Homebutton die neue Multitasking-Ansicht auf, während Alt-Tab den Task-Switcher im OSX-Stil einblendet.